Das ist jetzt der letzte und größte Meilenstein noch in der Fusion, die technische Fusion am kommenden Wochenende. Hier haben wir schon um Verständnis gebeten, dass unsere Kunden ab Freitagabend 19 Uhr im Hinblick auf SB-Geräte, also Selbstbedienungsgeräte in unseren Foyers, aber auch im Online-Banking-Zugang Einschränkungen hinnehmen. Wir versuchen hier eine ganze Menge an Selbstbedienungsgeräten zusammenzuhängen, technisch aufeinander abzustimmen und voraussichtlich bis Sonntagabend, wir wollen etwas früher fertig sein, aber voraussichtlich bis Sonntagabend diese Behändrichtigungen dann bestehen werden. Es funktioniert die Kreditkarte, alles was nicht PIN-gestützt ist, aber die Sparkassenkarte, der Online-Banking-Zugang ist nur eingeschränkt möglich und nicht während der gesamten Zeit. Um für das kommende Wochenende liquide zu sein, empfiehlt es sich natürlich bis spätestens Freitagabend sich mit Bagel versorgt zu haben, weil vorauszusehen ist, dass die Geldautomaten nicht nur unseres Instituts, sondern auch die Karten unserer Kunden an anderen Automaten erst wieder am Sonntagabend dann zur Verfügung stehen.